Im Jahr 2005 hat der Schweizer Erfolgsfilm «Mein Name ist Eugen» über eine halbe Million Leute in Kinos gelockt. Mein heutiger Gast war einer der Hauptdarstellern in diesem Film und heute führt er die Städtchen Metzger in Nidao. Herzlich willkommen zum Interview, schön sind Sie mit dabei. Wie er auf die Zeit als 13-jähriger Kinderschauspieler zurückgeschaut und wie er aber auch die Metzgersbranche, den Beruf heute beurteilt, über das diskutieren wir mit ihm persönlich. Alex Niederhäuser, herzlich willkommen im Studio. Danke, grüße alle, Rodermatt. Alex Niederhäuser, vor 20 Jahren haben Sie den Charakter «Edward» gespielt, einer der vier Stadt-Berner Lausbuben in «Mein Name ist Eugen». Gibt es eine Charaktereigenschaft, die die Figur «Edward» hatte vor 20 Jahren, die Alex Niederhäuser heute immer noch hat? Ja, das ist definitiv die Leidenschaft zum Essen. Definitiv, zum Rohwurst-Landjäger, das ist immer noch mein Ding heute. Und das hat «Edward» im Film auch gerne gemacht, hat etwas Gutes gegessen? Ja, vorzugsweise Landjäger und Salamettli, ja. Wir haben jetzt 20 Jahre her, die drei Arbeiten, den ganzen erfolgreichen Film gesehen. Wir haben da auch noch etwas eingeblendet, oder? Sie haben es an der Seite gespielt mit dem Beat Schlatter und anderen grossen Schweizer Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich stelle mir das vor als 30-jähriger Junge, einen absoluten Spielplatz oder so ein Set? Ja, definitiv ein Spielplatz und definitiv auch ein riesen Grund für nervös zu sein. Also, ich mache mich gut daran erinnern an die Tage, wo wir das erste Mal die Schweizer Ikonen kennengelernt haben, ja. Aber gibt es so ein, zwei Anekdote, die Sie heute noch daran zurückdenken und sagen, ja, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, weil es sind ganz spezielle Momente gewesen? Ja, der erste Reitag, der war ganz, ganz speziell für uns alle. Es war kalt, es war nass, es war nicht gerade eine einfache Szene. Wir haben dort super Unterstützung bekommen von den Profis auf dem Set, vom Regisseur, von unseren Coaches. Und das war ein ein schneidender Moment auch für mich, ja. Dass man einfach dort den Willen noch zeigen konnte und Kraft gebraucht hat. Und das war so ein Punkt, der wirklich Mut gebraucht hat, um zu überschreiten, den allerersten Reitag. Ja, und ich glaube, wir sind ja noch ein Junge, sozusagen, und wir sind auf einem hochprofessionellen Filmset. Das ist einerseits Druck. Wie sind Sie auch mit dem umgegangen, mit den Erwartungen, die hier im Raum stehen? Ich glaube, der Druck, der professionelle Druck, der ist nicht einmal so auf uns abgewälzt worden. Wir sind da sehr, sehr gut darauf vorbereitet worden, eben mit Treffen, mit den Schauspielern, mit der Regime, mit der Kamera und, 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 und. Und das ist dort einfach, wir ist hergekommen und das hat einfach gepasst, das ist schwierig gewesen, aber es hat gepasst und es ist gelaufen. Das ist so ein bisschen der Druck gewesen, wo wir sehr, sehr gut begleitet worden sind, was uns dann im weiteren Verlauf des Films, von drei, eigentlich sehr gut geholfen hat. Und der Film kann es antonnen. Das ist ein riesiger Erfolg geworden in der Schweiz. Wie geht man mit dem Erfolg um? Realisiert man das als Kind, als Teenager? Oder haben Sie einen Umfeld gehabt, wo Sie zurück auf den Boden genommen haben? Das ist auch nicht ganz so einfach zu beantworten, weil so, dass wir ja wirklich zurückgezogen werden mussten. Diese Situation hat es aus meiner Sicht heraus nicht gegeben, bei keinem von uns vier. Da muss ich einfach auch Merci sagen an die Produktion, die dort auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und uns einfach immer auf dem Boden behalten hat, schon vorgängig. Klar, es war bewusst, das hat auch der Steiner-Michig gesagt, der Film wird ein Erfolg. Das kommt gut und da kommen Reaktionen darauf herunter. Aber wir hatten Produktion im Rücken, die gesagt hat, Jungs, ihr seid einfach vier Buben. Also das ist nicht... Das ist relativ gut gehandelt gewesen mit uns, ja. Also man hat sie gut betreut. Und gleichzeitig haben sie nachher nicht auf das Pferd Schauspielerei gesetzt. Wieso eigentlich nicht? Hängt auch wieder ein wenig mit dem Film zusammen. Wir haben natürlich dort auch gesehen, was das von der Arbeit her bedeutet. Wir haben gesehen, was das von den Zeiten her, vom Verdienst her sehr weniger für uns Buben. Aber ich meine, ich möchte es ein bisschen in die Richtung sagen, was dahinter steckt. Wie viel Zeit, dass man investiert für so ein schönes Projekt. Und dass man aber gleich nähert, wenn dann mal nichts ist, hat man einfach nichts. Also warum nicht eine Grundausbildung machen? Und die Grundausbildung war bei mir naheliegend mit dem Metzger, erstens weil mir dieser Beruf enorm gefällt. Ich hantiere gerne mit Fleisch, ich esse gerne Fleisch. Kommen aus einer Metzgersfamilie, der Onkelmetzger, Vatermetzger, der Grossvatermetzger gewesen, der Cousinmetzger. Ja, das war das naheliegendste. Das ist eigentlich fast in die Wiege gelegt worden, sie sind aufgewachsen in Wengen. Ihr Vater hat Dorfmetzgerei geführt, ihren Grossvater bereits. Und ja, kommen wir doch ins Hin und Jetzt, seit dem Jahr 2022 sind sie Inhaber und führen die Städtchenmetzger in Nidau. Es ist noch die einzige Metzger in Nidau. Wie gehen Sie mit dem, in Anführungs- und Schlusszeichen, Metzgerreiensterben um in der Region, aber einfach auch in der ganzen Branche? Das Metzgerreiensterben, das hat aus meiner Sicht diverse ausschlaggebende Sachen, dass das passiert. Das ist einerseits das Lehren um so viel unser Beruf. Er ist immer noch etwas verrufen, obwohl der Verband sehr, sehr viel macht, dass das wieder ein, sagen wir mal, gesellschaftlich gut dasteht. Was er definitiv auch ist. Es ist nicht nur noch Schlachthaus oder es ist nicht nur Schlachthaus und blutige Hände. Er hat sehr, sehr viele schöne Facetten. Sei es vor Wurstrei, sei es über Kundenkontakte im Verkauf. Das Metzgerreiensterben schlussendlich hängt eben mit der Nachfolgerregelung zusammen. Dass man keinen Nachfolger mehr findet. Das ist mir irgendwo ein Punkt, den ich jetzt so selber miterlebe. Wir arbeiten 30, 40 Jahre. Mein Onkel, der diese Metzger schon gehabt hat. Mein Cousin, der sie dann übernommen hat nach seinem Todesfall. Ich kam relativ zügig wegen der Krankheit von meinem Cousin, die leider auch nicht so glimpflich ausgegangen ist. Und dort ist auch einfach der Punkt, soll ich jetzt investieren in die Metzgerei? Oder soll ich dort jetzt irgendwo durchgehen in der Hoffnung, dass dort plötzlich ein Nachfolger kommt? Aber Sie sind insgesamt ein Team von fünf Leuten. Da muss man auch mit guten Beispielen vorangehen oder motiviert sein. Wie machen Sie das? Einerseits sagen Sie, es ist schwierig Nachfolger zu finden. Es gibt immer weniger und trotzdem haben Sie Verantwortung. Und wenn die Metzgerei führen müssen und wirken, wie gehen Sie mit dem auch intern um? Intern arbeiten sehr viel mit Transparenz. Also wenn wir von einer Problematik stehen, besprechen wir das im Team. Und das gibt mir auch die Sicherheit, dass das Team dann im Rücken steht. Genau so, wie ich dann vor meinem Team stehe, wenn irgendetwas passiert oder Fehler passieren immer. Sei es bei einer Kundenreklamation oder was auch immer. Es gibt immer solche Sachen. Und diese Verantwortung von einem Tag aufeinander zu nehmen, bin ich mir wahrscheinlich heute noch nicht ganz im Klaren, wie man das richtig handeln sollte. Und in der Branche, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, in der Branche sind etwa 400 Lehrstellen umgesetzt. In ein, zwei Sätzen gesagt, Ihre Meinung, was muss sich denn ändern in der Gesellschaft, vielleicht auch in der Branche, dass das wieder zu laufen kommt? Das ist durchaus nicht ganz so eine einfache Geschichte, denke ich mal. Wir haben nicht mehr diese Mentalität in der Gesellschaft, dass ein handwerklicher Beruf so interessant sein könnte für junge Leute. Wir haben einfach diese Differenzen, wir sehen es, wie wir Schüler haben, Schnupperstifte haben. Es ist streng, es ist ein körperlich anstrengender Beruf. Man muss, auch wenn es gehen heisst, der dümmste aus der Familie Leach-Metzger, das stimmt auch nicht. Man muss auch noch etwas rechnen können, man muss einfach gewisse Sachen haben. Und für viele ist das einfach mit dem körperlichen Zusammenarbeiten, die Arbeitszeiten, die Verkaufsarbeitszeiten einfach nicht gangbar für das, was sie gerne hätten. Sie haben vor der Nachfolge angetönt, Sie wären im Juli dieses Jahr zum ersten Mal Papi. Machen Sie sich da vielleicht auch schon Gedanken, dass das vielleicht mal eine so eine Traumvorstellung wäre für die Nachfolge? Ja, definitiv, definitiv. Also es ist nicht so, dass ich dort nicht guter Dinge bin und sage, du wirst ein kleiner Metzger. Es gibt einen Jungen, ja, das wissen wir. Und klar. Auch wenn es ein Mädchen wäre, wäre natürlich der Metzgerberuf genau so antraktiv. Selbstverständlich, es ist für beide Geschlechter interessant, unser Beruf. Aber ich flüster das schon gut zu und streichle und sage, du gibst einen kleinen Metzger. Vielleicht hat es Einfluss, vielleicht nicht. Alex Niederhäuser, noch eine letzte Frage, bitte um eine ganz kurze Antwort. Über Metzgerberuf haben wir geredet, machen wir wieder zu. Gibt es jemals ein Schauspiel-Comeback von Ihnen? Ich denke es nicht, nein. Alex Niederhäuser, vielen herzlichen Dank für den Besuch von der Studie. Danke auch, Herr Ollermach, vielen Dank. Das war's mit dem Interview von heute und ich wünsche Ihnen weiterhin beste Unterhaltung hier bei uns auf Telebilenk. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Soyezrar här,绷epden.